Achtung, dieses Manöver kann die Profilnase deines Schirms beschädigen. Bei laminarem und ausreichend starkem Wind kannst du deinen auf der Nase liegenden Schirm auch mit der Steuerleine drehen. Positioniere dich und deinen Schirm senkrecht zum Wind. Mit leichtem Zug beider Steuerleinen füllst du die Kappe. Halbdrehen der Hüfte und leichter Zug an der Steuerleine lässt die Kappe steigen. Gehe seitlich 90 Grad zum Wind und halte die Kappe mit der Steuerleine am Fliegen. Schon dreht sich der Schirm. Achte darauf, dass du nur so viel Steuerleine verwendest, um den Schirm über die Hinterkante steigen zu lassen. Der Flügel darf nur wenig entleeren. Diese Technik ist zudem eine gute Vorübung für die Nose-Down-Cobra.